Hallo zusammen, ich grüße euch im Namen des Herrn Joshua Mashiach. Ich möchte uns also alle heute wieder ermutigen mit dem Wort des Herrn Joshua Mashiach aus der Bibel. Und willkommen in dieser Sendung von Zeug zum Wort. Bevor ich weitergehe, möchte ich kurz beten. Joshua Mashiach, danke Herr für deine Liebe, danke für deine Gnade, danke Herr für dein Wort und danke, dass du uns alle heute noch ermutigen willst. Danke Joshua, in deinem Namen habe ich gebetet. Amen. So, wie ich sagte, ich möchte uns alle ermutigen. Ihr wisst schon, im Wort des Herrn Joshua Mashiach gibt es so viele Versprecher und Joshua Mashiach zeigt uns seinen Weg, lehrt uns jede Zeit immer wieder und immer wieder. Halleluja. Ich habe also eine Frage an den Herrn gestellt und er muss aber wissen, manchmal muss man aufpassen, also was man überhaupt von dem Herrn verlangt. Und ich hatte die Frage gestellt, ja Herr, bitte zeig mir, wie ich dir dienen kann, wie kann ich dich dienen, bitte hilf mir. Herr, zeig mir, zeig mir, ich möchte denn Diener sein und, 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 und. Und wie schon, also die Bibel sagt, also, dass wir Diener des Herrn sind. Halleluja. Und ich habe diese Frage gestellt und dann habe ich also so viele Lehre von dem Herrn bekommen und ich wurde richtig, also von so vielen Seiten bombardiert und ich bin da rausgekommen und dann habe ich mich gefragt, ja, wieso habe ich denn das überhaupt diese Frage gestellt. Lieber Geschwister, wie ich sagte, ich möchte uns also alle ermutigen. Ich werde bloß also einen kleinen Aspekt, also von was ich da bekommen hatte, über Joshua Mashiach dienen. Halleluja. Und dafür möchte ich gerne, dass wir in sein Wort gehen, in die Bibel. Und heute nehme ich also direkt die Bibel Joshua Mashiach und gehen wir direkt in Kapitel 25. In Kapitel 25, in Vers, Kapitel 25, ab Vers 14, gibt es da so eine Geschichte. Es hat also mit dem Gleichnis von den Talenten zu tun. Halleluja. Also, Kapitel 25, Vers 14. Denn es ist so, wie ein Mensch, der ins Ausland reiste, seine eigenen Sklaven rief und ihnen einen Besitz übergab. Also ich bin mir sicher, einige Leute fangen sich schon, also Sklaven, im Wort des Herrn, also dieser Begriff, in einer anderen Bibel steht Diener, Knetsch, sowas. Wir können das auch selber überprüfen. Gehen wir jetzt direkt in die Lutherbibel. Ich mache das ein bisschen größer. Kapitel 25, seht ihr hier. Dann gehe ich mal in Vers 14. Da steht, gleich wie ein Mensch, der über Land zog, rief seine Knechte. Und ihr schaut hier, guckt mal hier, dieser Begriff Knechte, auf Griechisch heißt Doulos. Und Doulos bedeutet einfach, Slave, hier steht Slave auf Englisch, Slave, also Sklave. Also Doulos bedeutet Sklave. Deswegen haben wir das also in der BIM genauso übersetzt. Und steht da drin Sklave. Und diese Geschichte hier, das ist also ein Bild von unserem Herr, unser Gott, unser Herr Joshua Maschia und seine Diener, seine Sklave. Also Sklave, ihr müsst also so verstehen, also dieser Begriff Sklave bedeutet einfach, ein Mensch, der so, er gehört zu einem anderen Menschen. Also jemand hat ihn gekauft. Und nicht vergessen, dass wir die Christen, also von Joshua Maschia, erkauft wurden. Wir waren also früher Sklaven von der Sünde. Und Joshua Maschia hat uns erkauft, also mit seinem Blut. Und so gehören wir zu ihm. Und deswegen passt wirklich dieser Begriff Sklave hier, es ist stärker als Knecht. Sklave passt genau, weil wir gehören zu ihm. Er hat uns erkauft, wir sind also sein Besitz. Halleluja. Und hier also in dieser Geschichte, lese ich weiter in Vers 15. Und er gab einem fünf Talente. Also Talente, das sind also Silberstücke, also das ist einfach Geld. Einem, anderen zwei. Also einer hatte fünf Talente bekommen, einem anderen zwei, einem anderen. Also dann gehe ich also auf die nächste Seite. Einem, anderen eins. Also fünf, zwei und eins. Jedem nach seiner eigenen Fähigkeit. Also lieber Geschwister, das ist sehr wichtig, dieser Begriff, also Fähigkeit hier. Wenn man das also nicht versteht, die Bibel sagt hier, dass sie das Geld, diese Talenten, sie hatten das also nach ihren Fähigkeiten bekommen. Jeder, also das heißt, derjenige, der fünf hatte, hatte wahrscheinlich also mehr Fähigkeiten als derjenige, der eins hatte. Also unser Herr, der Herr hier wusste genau, wie er diese Talenten, dieses Geld, also verteilt hatte. Halleluja. Also und gleich darauf reiste er ins Ausland. Vers 18, der, welcher die fünf Talente empfangen hatte, ging und handelte mit ihnen und gewann weitere fünf Talente. Genauso der mit den zwei auch, er gewann weitere zwei. Vers 18, der aber das eine empfangen hatte, ging, grub in die Erde und verbarg das Geld seines Herrn. Also hier sieht man ganz genau, dass es Geld war. Halleluja. Und nach langer Zeit kommt der Herr, diese Sklave, Sklaven und rechnet mit ihnen ab. Und der, die fünf Talente empfangen hatte, kam herbei und brachte weitere fünf Talente und sagte, Herr, fünf Talente hast du mir übergeben. Schau, ich habe weitere fünf Talente dazu gewonnen. Und sein Herr sprach zu ihm, gut, du gute und treue Sklave. Also treu, er ist erstmal gut und treu. Über das wenige warst du treu, über vieles werde ich dich setzen. Also diese Diener, diese Sklave, hatte fünf bekommen und von den fünf hatte er das auf dem Markt und könnte also noch fünf dazu bekommen. Also, und der Herr sagt hier, über das wenige warst du treu. Treu über das wenige. Das ist noch sehr wichtig. Also, und dann sagt er, geh hinein in die Freude deines Herrn. Also er ist in den Freuden seines Herrn weitergegangen. Er hat sich gefreut. Halleluja. Die Freude am Herrn ist meine Kraft. Also er hatte diese Freude des Herrn. Da, also Vers 22, da kam auch der Herr bei, der die zwei Talente empfangen hatte und sagte, Herr, zwei Talente hast du mir übergeben. Schau, ich habe weitere zwei Talente dazu gewonnen. Sein Herr sprach zu ihm, gut, du gute und treue Sklave. Über das wenige warst du treu. Über vieles werde ich dich setzen. Geh hinein in die Freude deines Herrn. Es kam, also jetzt sind wir in Vers 24. Es kam aber auch der Herr bei, der das eine Talent empfangen hatte und sagte, Herr, ich kannte dich. Hei, dass du ein harter Mann bist. Du erntest, wo du nicht gesät hast und sammelst, wo du nicht ausgestreut hast. Da fürchtete ich mich, ging und verbat dein Talent in der Erde. Schau, da hast du das Deine. Halleluja. Also der letzte hat also sein Talent, also sein Geld einfach irgendwo begraben und ja, gewartet, also bis der Herr kommt und dann das einfach genau das weitergegeben. Er hat das nicht vermarktet, er hat das nicht vermehrt, nichts, gar nicht. Und er sagte noch, dass sein Herr, er kennt sein Herr, er hat ihn so gut gekannt, so gut gekannt, dass er sagte, ja, ich kenne dich. Du bist so ein harter und strenger Herr. Du bist so streng und du erntest also, wo du nicht mal, wo du nicht mal also ausgestreut hast. Was für eine Beleidigung. Und dann sagt er noch weiter. Vers 26. Und sein Herr antwortete und sprach zu ihm. Und jetzt kommt also der große Unterschied zu dem anderen. Ich hatte nur ganz am Anfang gesagt, ich habe den Herrn diese Frage gestellt, Herr, ich will dir also dienen. Ich will, Herr, du bist so, zeig mir, wie ich dir dienen soll und, 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 und. Und wir alle stellen ab und zu mal auf diese Frage, Herr, was soll ich also für dich tun, was, 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 und, 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 und. Aber jetzt hier sagt der Herr zu diesem Diener, böse und faule Sklave. Du wusstest, dass ich, also, dass ich ernte, wo ich nicht gesät und sammle, wo ich nicht ausgestreut habe? Das ist eine Frage, stellt ihm die Frage, wusstest du das wirklich? Du hättest deshalb mein Geld den Bankern geben sollen und bei meiner Rückkehr hätte ich, was mir gehört, mit Zinsen erhalten. Und dann kommt also sein Gericht hier. Er sagt, nehmt also das Talent von ihm und gebt es dem, der die zehn Talente hat. Denn dem, der hat, wird gegeben werden und er wird Überfluss haben. Aber dem, der nicht hat, wird selbst, was er hat, weggenommen werden. Wuh, Halleluja! Liebe Geschwister, also diese Geschichte sieht das nicht so, ja, es geht nur um Geld. Ja, dass der Herr uns also Geld gegeben hat und sowas. Nein, 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 nein. Diese Talente hier, dieses Geld, also, sind einfach die Dinge, die dem Herrn also in jeder einzelne von uns angepflanzt hat. Wir sind alle auf diese Erde gekommen, also mit gewissen Fähigkeiten. Deswegen sagt er hier, er hat diese Talente nach Fähigkeiten gegeben. Das heißt also, die Leute, die die Fähigkeiten haben, fünf Talenten zu vermehren, zu vermehren, die haben diese Fähigkeit. Das heißt also, was du von dem Herrn bekommen hast, du hast diese Fähigkeit. Du kannst doch nicht sagen, ich kann nicht, ich kann nicht. Also dieser böse und faule Sklave, was ist da so mit ihm passiert? Er hat einfach Angst gehabt. Er hat nicht mal gewusst, wer er war. Er wusste nicht, dass er die Fähigkeit hatte, diese Talenten zu vermehren, diese Talenten zu multiplizieren, diese Talenten, also er wusste nicht. Er war, und der Herr nennt ihn, du böse und faule Sklave. Wie viele böse und faule Sklaven gibt es überhaupt? Wie viele böse und faule Knechte, Diener des Herrn gibt es überhaupt? Du sagst, ja, ich bin ein Kind, den Gottes, ja, Elohim hat mich also berufen und, und, und. Und was tust du mit, was dem Herrn dir gegeben hat? Was machen wir alle? Ich war da, sagte Herr, 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 und, 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 und. Und der Herr zeigte mir, meine Gitte, hey, du da, William, du. Du sagst, also du bist mein Diener. Bist du überhaupt treu mit dem wenigsten, was du überhaupt hast? Er sagte, über das Wenige warst du treu. Die Leute wollen unbedingt riesige Dienste haben, Pastoren und so, Propheten und so, so viele Sachen erledigen, riesige Dienste also haben. Aber über das Wenige, die kleinen Dinge in ihrem Leben, sind sie nicht mal treu. Nehmen wir mal also das Gebet. Nur beten. Nur beten, liebe Geschwister. Wisst ihr, dass die Bibel sagt, also dass, also in der Bibel war also eine Frau, sie war Witwe, war schon alt, Witwe, sie war die ganze Zeit nur im Tempel, und die Bibel sagt also, dass diese Frau dem Herrn, also im Gebet und Fasten gedient hatte. Sie hatte auf den Messias gewartet, unser Maschia. Und sie diente dem Herrn im Gebet und im Fasten, sagt unser, äh, sagt die Bibel. Nehmen wir das Gebet. Nehmen wir mal das Gebet. Wie, wie ist das also das Gebet überhaupt? Wenn wir da nicht treu sind, wie kann uns dem Herrn noch mehr geben? Wir haben, es gibt Leute, die gewisse Talente, also jetzt rede ich also von Talenten, also Gabe. Es gibt Leute, die bestimmte Gabe von dem Herrn bekommen haben. Was machen sie damit? Was machen wir überhaupt also mit diesen Gaben? Wie begraben das also in die Erde? Wisst ihr, dieser Begriff, also hier Erde, hat also mit der Welt zu tun. Erde, also er, der Typ, dieser Diener, hatte ein Talent bekommen. Was hat er damit gemacht? Er hat das in die Erde, also in die Welt, in weltliche Sachen einfach begraben. Und was ist damit passiert? Nichts ist passiert. Er konnte das nicht vermehren. Gar nichts ist passiert. Weil er einfach das Ganze für was anderes verwendet hatte. Trotz dem Herrn zu dienen. Liebe Geschwister, was hat Joshua, was hat dir dem Herrn gesagt? Was hast du von Joshua empfangen? Glaubst du, dass du ein Christ geworden bist, um einfach so da zu sitzen und nichts zu tun? Nein. Joshua, dieser Herr, hatte die Talenten nach Fähigkeiten gegeben. Du suchst die Fähigkeit, du suchst also die Talenten oder du wirst genauso dienen wie derjenige, der fünf bekommen hatte, obwohl du vielleicht eins bekommen hast. Und du bist nicht mal treu mit eins. Mit eins bist du nicht mal treu. Das wenigstens bist du nicht mal treu. Die kleinen Sachen, die dem Herrn von uns verlangt, die sind nicht mal treu. Und wir verlangen große Sachen, große, keine Ahnung. Ey, zurück zum Wort. Zurück zu Joshua Mashiach. Ah, dieser Aspekt, also von dem Dienst, also es gibt so viel über den Dienst. Als ich noch weiter recherchiert hatte, war ich bloß so, Herr, wieso habe ich überhaupt diese Frage gestellt? Ach, Joshua, es gibt wirklich viel und viel und viel zu lernen, was, ähm, was unsere Dienst angeht. Joshua zu dienen, das ist unser ganzes Leben zu geben. In Römer 12, Kapitel 1, das sagt also, das ist also dann unser vernünftiges Gottesdienst, unser Elohim-Dienst, das ist unser vernünftiges Elohim-Dienst, dass wir uns also komplett ergeben, unser ganzes Leben, wir gehören zu ihm, wir sind Sklaven, Joshua Mashiach, weil er uns erkauft hat. Er hat uns erkauft, mit seinem Blut, wir gehören zu ihm, wir leben für ihn. Alleluia! Alleluia! Und jetzt, alles, was er uns gegeben hat, es gibt Leute hier, ja, ich kann nicht reden, nee, ich kann das nicht tun, ich kann das und das, das und das nicht tun, Joshua hat bestimmt was gegeben, nach deinen Fähigkeiten, wer hat überhaupt gesagt, dass du keine Fähigkeiten hast? Wer hat überhaupt gesagt, dass du keine Talente hast? Du hast, wir haben diese Talenten, wir haben diese Silberstücken, wir haben das, jeder Einzelne hat etwas von Joshua bekommen. Du kannst doch nicht, also die Menschen, andere Menschen immer folgen und folgen, was sagt dir Joshua Mashiach? Was? Joshua Mashiach. Die Bibel sagt also, in Matthäus, ich gehe mal in Matthäus Kapitel, Matthäus Kapitel, nee, Markus Kapitel 10, Markus Kapitel 10, ach, Herr, Markus Kapitel 10 und in Vers, Markus Kapitel 10, Vers, ich glaube, Vers 45, lesen wir mal Vers 45. Ach, Joshua Mashiach. Denn auch der Menschensohn ist nicht gekommen, um bedingt zu werden, sondern um zu dienen und sein Leben zu geben als Lösegeld für viele. Könnt ihr euch vorstellen, dass unser Herr Joshua Mashiach auf diese Erde gekommen ist, um zu dienen? Er ist nicht gekommen, um bedingt zu werden, sondern um zu dienen. Er ist Lösegeld. Er hat sich, er hat sein Leben gegeben. Und unser Herr sagt er so, okay, ihr seid mein Dulos, Dulos Sklaven, ich hab euch gekauft. Ihr gehört zu mir. Ihr lebt für mich. Ihr dient mich. Ihr seid meine Diener. Und, könnt ihr euch noch erinnern? Joshua sagt also zu seinen Jüngern, er hat ja so die Macht gegeben, Dämonen auszutreiben, Kranken zu heilen, und, 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 und. In Matthäus 10. Joshua geht und macht das, und, 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 und. Sonst habt ihr bekommen, und sonst, was ist das? 10, 8. Hä? Diese ganzen Sachen hat Joshua jederzeit von uns gegeben. Letztens mal, letztens mal, also sind wir auf die Straße gegangen, haben wir ein bisschen, sind wir evangelisiert, mit Leuten versucht, also über Joshua zu reden, und ich konnte nur feststellen, es gibt viele Leute, die überhaupt nicht wissen. Ich erinnere mich noch, also ich hatte ein Junge da getroffen und sagte, bist du gerettet? Und er fragte, was? Welche Rettung? Um welche Rettung sprichst du? Was ist das? Über welche Rettung? Ja, du bist nicht gerettet? Ja, wie? Was heißt das? Was heißt das? Dann habe ich ihm also von Joshua erzählt, von der Sünde, und, 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 und. Und er war schockiert, dass er selber die Rettung braucht. Und es gibt viele von uns da, wir haben diese Fähigkeiten, also zu den Menschen zu gehen. Es gibt Leute, die sind, die können, die können einfach mit Leuten direkt reden. Es gibt einige, die Angst haben, aber es gibt die, die zum Beispiel also direkt Essen geben können. Es gibt Leute, die diese Fähigkeiten auch haben, also bestimmte Dienste, Aktivitäten mit ihren Finanzen auch zu helfen. Und es gibt viele, viele Sachen. Leute sind auf die Straße gegangen, haben Sandwich also für für Obdachlose gemacht und versucht mit Leuten über Joshua zu reden und, 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 und. Wie kannst du sagen, dass du nichts von Joshua bekommen hast? Wie? Wie, 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 wie? Liebe Geschwister, wenn wir nicht mal, wenn wir nicht mal treu sind mit, mit diese wenigen Sachen, mit den wenigsten, mit den kleinen, kleinen, die kleinen Dinge, die wir von dem Herrn bekommen, die kleinen Aktivitäten, Aktionen, Sachen, die den Herrn von uns verlangt. Wie zum Beispiel beten, in seinem Gegenwart bleiben, uns also um unsere Familie kümmern, unsere Kinder und Frauen und, und Männer und, und so weiter. wie wollen wir überhaupt noch mehr verlangen? Und das Schlimmste, was Joshua, was diese Geschichte sagt, er sagt, nehmt, was er hat, nehmt das weg und gibt den anderen. Eh! Und die Bibel sagt also, er gehört, also er muss er so raus, er wird er so rausgeworfen, also das heißt, er wird verbannt, die Hölle geworfen, weil er ein böse und faule Sklave ist. Böse und faule Sklave. Kannst du, können wir uns also überhaupt vorstellen, wenn wir das Werk des Herrn nicht tun, wenn wir seine Wille nicht tun, wenn wir sein Wort nicht tun, wenn wir seine Befehle nicht befolgen, wenn wir diese Talenten, diese Gabe, die Dinge, die wir von dem Herrn bekommen haben, wenn wir das nicht einfach, wie sagt man das also, wenn wir das nicht weitergeben, wenn wir das nicht vermehren, unser Herr nennt uns böse und faule. Böse und faule. Böse, weil wir nicht an die anderen denken, wir denken nur an uns, wir denken, ja, wir sind, ja, genau, ja, und faule, weil man einfach da sitzt und nichts tut. Faul. Man tut nichts. Man wartet nur auf die anderen. Ich warte, ja, der Buddha wird das tun und dann ja. Beten betest du nicht. Beten nur, wenn es also ein Treffen. Das Wort lest du nur, also wenn man sagt, okay, komm, lesen wir. Verbring nicht die Zeit mit dem Herrn. Das, so, in dieser Form kann man auch dem Herrn dienen. Warten, bis der Herr uns sagt, was wir tun sollen. Und es gibt also viele Möglichkeiten, dem Herrn zu dienen. Ach, liebe Geschwister. Herr, ich möchte also ein paar Verse noch lesen. Das ist in, nehmen wir in Luther, ich nehme jetzt die Luther-Version, ähm, ich beende das also mit ein paar Bibelverse, in, ähm, 1. Petrus, ach, Herr Schwa, 1. Petrus, Kapitel 4, Kapitel 4, Vers 10, ähm, und da steht, Vers 10, und dienet einander, ein jeglicher mit der Gabe, die er empfangen hat, als die guten Haushalter der mancherlei Gnade Gottes. Also, wir sollen unser Herr dienen mit der Gabe, die wir empfangen haben. in 1. Korinther Kapitel 4, 1. Korinther Kapitel 4, geht auch ungefähr in diese gleiche Richtung. 1. Korinther Kapitel 4, Vers 1, dafür halte uns jedermann, für Christi, Diener und Haushalter, über Gottes Geheimnisse. Nun sucht man nicht mehr an den Haushaltern, den das sie treu erfunden werden. Halleluja! Was heißt überhaupt dieser Haushalt da? Oikonomos. Oikonomos steht auf Griechisch hier. Das ist wie Ökonomen, also die Leute, die nicht Ökumene, aber sind wie kann man das überhaupt übersetzen? Diese Haushalte hier. Oikonomos. The Manager of Household or of Household Affair. Steward, Manager, Superintendent und 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 und. Und man Ostliv, also wieder Sklave auch drin. Genau. Das sind also die Diener, Haushalter, Manager und so weiter. Ha? Und die Bibel sagt hier, denn dass sie treu erfunden werden. Der Herr, unser Herr erwartet, dass wir treu bleiben, mit was wir bekommen haben. Du hast was bekommen. Wir haben alle etwas bekommen. Wir können doch nicht warten, dass andere es so für uns tun. Wir sollen auf die Knien gehen, die Zeit mit dem Herrn verbringen und dann tun, was er uns sagt. Halleluja! Halleluja! Wir haben alle Fähigkeiten von Joshua Mashiach bekommen. Wir können doch nicht nur Menschen folgen, nur so und so. Nein! Joshua Mashiach hat jede einzelne von uns Fähigkeiten gegeben. Und wir müssen Joshua folgen. Also ich behindere diese kurze Predigt mit dem Vers, also in Römer Kapitel 12, das hatte ich also vorher gesagt, Ich ermahne euch nun, lieber Brüder, durch die Barmützigkeit Gottes, dass ihr eure Leiber begebet zum Opfer, dass da lebendig, heilig und Gott wohlgefällig sei, welches sei euer vernünftiger Gottesdienst. So sollen wir unser Herr dienen. Liebe Geschwister, seien wir alle mit den wenigsten Sachen, die kleinen Sachen, die Dinge, die in unserem Leben sind, treu. Und das ist genau, was der Herr von uns verlangt, dass wir treu bleiben. Bieten wir einfach, dass der Herr uns nicht mal böse und faule Diener oder Sklave nennt. Wenn du, wenn wir böse und faule Sklave sind, dann sollen wir Buße tun und sagen, Herr, ich komme zurück, ich komme zu dir, ich möchte dich also dienen. Herr, bitte vergib mir, für alles, was ich vernahllässigt hatte, wo ich Angst hatte, alle meine Ängste und 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 Herr, bitte vergib mir. Ich komme zurück. Und liebe Geschwister, unser Herr, er ist treu, er ist so gut, er ist so wunderbar. Die Bibel sagt also, wenn wir unsere Sünde bekennen, er ist so treu und gut und zu vergeben. Halleluja, Joshua, danke, danke für dein Wort, danke für alles, was du in unseren Leben tust. Im Namen Joshua, Maschia, Amen.